Viele ärgern sich über Narzissten in Führungspositionen, an Stellen, wo sie Schaden anrichten können, wo es vor allem selbst spürbar wird. Wenn ich dann darauf hinweise, dass wir alle daran teilhaben, dass das überhaupt so ist, sind das keine wirklich willkommenen, nicht wirklich bequemen Gedanken. Ja, ich weise an vielen Stellen darauf hin, dass wenn wir uns zurückziehen, dass wenn die, die eher introvertiert sind, ich persönlich habe mein persönliches, zwiespältiges Gefühl bei diesem Wort, weil ich selber bis heute nicht weiß, ob ich ein extrovertierter, introvertierter bin oder introvertierter, extrovertierter. Oder vielleicht sind wir auch oft beides. Nur wir neigen vielleicht eher dazu, in bestimmten Situationen uns zurückzunehmen und anderen Menschen die Bühne zu überlassen. Wenn wir den falschen Menschen die Bühne überlassen, weil wir vielleicht auch angewidert sind von dem, was da stattfindet, von all dem Theater, dann bekommen wir letztlich, wozu wir beigetragen haben. Nun ja, Narzissten in Führungspositionen? Tatsächlich häufig sich die Beschwerden darüber, dass Menschen mit ausgeprägten narzisstischen Tendenzen in Führungspositionen Unheil anrichten. Ist das wirklich so ein weit verbratetes Phänomen oder macht sich das einfach gerade sehr gut als Thema? Karsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Aus meiner Beobachtung heraus befinden sich überproportional viele Narzissten in Führungspositionen. Machtstreben, die Bereitschaft, erforderlichen Aufwand zu betreiben, um irrelevante Menschen zu beeindrucken, sind typisch bei Narzissmus. Allerdings täuscht der schöne Schein. Narzisstische Persönlichkeiten richten oft mehr Schaden an, als dass sie liefern, was sie versprechen. Risikobereitschaft Eine häufige Stärke narzisstischer Persönlichkeiten ist die kompromissloser Wille, zum Ergebnis zu kommen und das klingt jetzt freundlicher als Rücksichtslosigkeit. Ihre fehlende Fähigkeit zur Selbstreflexion lässt kein Risikobewusstsein zu und dadurch werden sie ihre Vorhaben und ungewohnte Wege auch eher beschreiten und das eher durchziehen. Außendarstellung Mit ihrer Ausstrahlung können Narzissten durchaus mitreißend wirken. In guten Ausprägungen oder in entsprechenden Momenten, wo das gerade gebraucht wird, kann es Narzissten gelingen, anderen Menschen Orientierung zu liefern und sie durchaus auch zu inspirieren. Und weil sie ihrer Außendarstellung viel Aufmerksamkeit widmen, gelangen sie dann auch häufiger in verantwortliche Positionen. Es wird ihnen zugetraht. Der Anteil an Führungspositionen Der Anteil von Menschen mit narzisstischen Tendenzen dürfte sehr wahrscheinlich in Führungspositionen bis hin an die Geschäftsführung deutlich über dem Gesamtdurchschnitt in der Bevölkerung lieben. Kein Wunder. Narzissmus und Narzissten Ihre mitunter als Charisma empfundene Ausstrahlung kann für Beobachter durchaus beflügelnd wirken. Nur hinter der blendenden Fassade wirkt sich dann oft ein recht schwieriger Mensch. Und wer meine Beiträge mit Hinweisen zu Narzissten kennt, wie sie erkannt werden, was sie ausmacht, der wird wissen, was ich meine. Da ist nichts Gutes zu erwarten. Reden wir die Folgen. Tatsächlich wird wahrscheinlich irgendjemand Gründe dafür gehabt haben, weshalb eine narzisstische Persönlichkeit in eine Führungsposition gelang. Das ist ja üblicherweise irgendwie von jemandem dort eingestellt worden. Menschen mit narzisstischen Tendenzen bringen halt auch nicht nur Nachteile mit sich. Und nicht alle Narzissen sind inkompetent. Einige Projekte profitieren von Narzissten. Allerdings wird auch hier oft ein beachtlicher Schaden angerichtet, der oft erst zeitverzögert spürbar wird. Weil sie keine echten vertrauensvollen Beziehungen aufrechterhalten und Feedback annehmen können, ist deren Blickfeld auch so eingeschränkt, dass Unangenehmes nicht bei ihnen ankommt. Die fehlenden sozialen Kompetenzen und die Selbstüberschätzung haben Folgen. Doch noch immer wird das Thema Narzissmus und dessen Bedeutung weitgehend unterschätzt. Das Bewusstsein für Ursachen und Zusammenhänge über narzisstischen Persönlichkeiten ist einfach noch Mangelware. Mal gehört, aber naja. Narzissten in Führungspositionen Anfangs verkaufen sich Narzissten oft noch sehr erfolgreich als Bereicherung. Sie verstellen sich gegenüber jenen Personen, bei denen sie einen guten Eindruck machen wollen, solange es für sie einen Vorteil hat. Dann legen sie immer häufiger ihre Maske ab und der Schaden wird größer und größer. Leider sind meist jene Personen, die darauf Einfluss nehmen könnten, einfach noch viel zu geblendet von der zur Schau gestellten Selbstdarstellung und den vielen Versprechungen. Wird hier wahre Charakter erkannt, das ist meist schon viel zu spät und immenser Schaden angerichtet. Was tun? Was wir tun können, wenn sich Personen in Führungspositionen als Narzissten entpuppen, ist vor allem uns erstmal mit dem Thema zu beschäftigen, erstmal zu verstehen, was geht da vor sich. Dafür gibt es ja Menge Beiträge. Dann ist es in der Zeit, sich Unterstützung für den Umgang mit diesen Menschen zu suchen. Und das schnellstens. Es ist einfach viel, viel leichter, Probleme vorzubeugen, Probleme zu erwarten sind, als sie zu korrigieren. Narzissten sind äußerst empfindlich und vergessen selbst kleinster Schmach nicht. Narzisstische Persönlichkeiten empfinden selbst nachvollziehbares, konstruktives Feedback als persönliche Beleidigung und wollen sich für solche Unverschämtheiten revanchieren. Und dabei kennen sie keine Hemmung. Ich könnte ganze Abende gestalten mit Thriller-ähnlichen Geschichten, was da alles passiert. Erschwerte Bedingungen Vieles, das in anderen Situationen zur guten Kommunikation und zur Beziehungspflege geeignet ist, verschlimmert Situationen, an denen Narzissten beteiligt sind. Bei zwischenmenschlichen Konflikten gehen Narzissten nicht fair ans Werk. Das wird regelmäßig unterschätzt. Und wenn sie es für erforderlich halten, dann nehmen sie sogar eigene Nachteile in Kauf. So etwas kann beachtlichen Schaden anrichten. So etwas kann und hat in der Vergangenheit ganze Unternehmen den Rand in Ruins und manchmal auch darüber hinaus gebracht. Die beteiligten Menschen leiden oft noch lange darunter. Für juristische Fragen sind entsprechende Experten zuständig. Sicherheitssicherheit sei das erwähnt. Bei den absehbaren kommunikativen und psychologischen Herausforderungen stehe ich zur Seite. Ja und? Mögen solche Anregungen dabei helfen, besser zu verstehen, was von Narzissten zu erwarten ist. Außerdem hoffe ich dafür zu sensibilisieren, dass bei der Personalauswahl zukünftig achtsamer vorgegangen wird. Es ist einfach noch nicht im Bewusstsein der verantwortlichen Menschen angekommen. Gibt es Erfahrungen mit Narzissten? Gibt es Fragen? Gibt es respektvolle Kommentare? Dann sind diese willkommen. Tauschen wir uns aus. Carsten Nowak, gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam. Passen wir gut auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen. Tag für小freienёbre und Töne. a l Spann S S Untertitelung des ZDF, 2020